Im letzten Video habe ich erklärt, wie man mit dem Einheitskreis einige Werte für Sinus und Cosinus rausfinden kann. Ganz allgemein, jetzt mit einer kleinen Beispielaufgabe. Ich möchte euch das auch nochmal anhand vom Einheitskreis zeigen, dass die Verbindung einigermaßen wird. Ich habe hier den Sinus Alpha gleich 0,7, also das ist zum Beispiel eine Beispielaufgabe. Und das kann ich ja jetzt nach Alpha auflösen. Nämlich der inverse Sinus von 0,7, indem ich den Sinus rüberbringe, ergibt 44,43 Grad. So, wir wissen aber bei jedem Winkel, dass es diesen Winkel immer noch einmal gibt. Wir wissen ja zum Beispiel vom Sinus, dass der positiv ist im ersten und im zweiten Quadranten. Das heißt, 0,7 ist ja quasi diese Strecke, diese Hochachse, also das ist ja auch das Sinus. Wissen wir, dass der hier und hier plus 0,7 ist, weil es in beiden Stellen hoch geht. Das heißt, da ist der 44,43 Grad und hier ist der 44,43 Grad. Heißt aber auch, dass beide Winkel möglich sind. Nur suchen wir dann beim zweiten Mal eben nicht mehr den gleichen, sondern wir müssen noch 180 Grad mit 44,43 Grad zurück. Heißt also, wenn wir den Alpha von dem Sinus Alpha gleich 0,7 berechnen, wird es zwei Möglichkeiten geben. Einmal den Winkel und einmal den Winkel. Und da muss ich einfach nur wissen, wo liegt denn die zweite Möglichkeit, die ich hier habe. Andersrum ist es natürlich, wenn der Sinus Alpha minus 0,7 ist. Also jetzt haben wir den Fall, dass quasi diese Strecke hier nach unten ist. Das heißt, das Ergebnis, das rauskommt, ist minus 44,43. Ist ja auch richtig, denn hier dran ist er auch. Also ist es entweder der Winkel mit minus 44,43 oder 180 Grad plus 44,43. Denn in die Richtung symmetrisch funktioniert es ja auch, dass was Negatives rauskommt. Ich hoffe, dass man das jetzt einigermaßen verstanden hat. Also wenn was Positives rauskommen soll, habe ich zwei Lösungen. Und wenn was Negatives rauskommen soll, habe ich zwei Lösungen. Wenn ich jetzt den Winkel zum Beispiel so nicht stehen lassen will, müsste ich dann halt 360 Grad minus 44,43 Grad rechnen. Dann habe ich einmal den Bogen bis dahin. Je nachdem, was ich halt suche. Also jeder Sinus, den ich nach dem Alpha auflöse, also nach dem Winkel auflöse, der hat grundsätzlich immer zwei Lösungen. Schauen wir uns das Ganze beim Cosinus an. Den gucken wir uns jetzt erstmal auch nochmal an, wann der positiv ist. Also entweder, das ist ja dieses Mal der Wert auf der x-Achse, in die Richtung oder im vierten Quadrant. Erster oder vierter Quadrant, ist ja auch klar. Denn hier zeigen beides mal der Cosinus nach rechts und da ist er beides mal positiv. Also wenn ich das zeichne, dann ist es einmal der Winkel und einmal der Winkel. Kann ich auch gleich in der Zeichnung, habe ich es gesehen, was Ergebnis rauskommt. Alpha 1 ist der 45,57 Grad und der zweite ist minus 45,57 Grad. Oder wenn ich so will, 360 Grad minus 45,57 Grad, wenn man es eben nicht mit dem negativen Winkel macht, sondern mit dem Uhrzeigersinn den Winkel betrachtet. Das gleiche, wenn ich von Cosinus Alpha minus 0,7 hernehme, weiß ich, ah, negativ, der muss hier sein. Das Ergebnis spuckt mir genau den aus, 134,43 Grad, aber es gibt eben noch einen zweiten Winkel, nämlich hier unten. Das heißt im Endeffekt, 134,43 Grad, um in den nächsten Quadranten zu kommen, symmetrisch, muss ich 90 Grad dazuzählen. Und dann habe ich auch den zweiten Winkel. So, das heißt, jedes Mal, wenn ich da auflöse, habe ich immer zwei Winkelmaße, die rauskommen. Aufpassen muss ich, meistens ist nämlich wirklich nur ein Winkelmaß notwendig. Und das erkennt man immer am Intervall in der Angabe. Zum Beispiel wird dann bei der Angabe dran sehen, ich suche den Winkel, der zwischen 0 und 90 Grad liegt. Dann ist klar, dass der zweite Winkel rausfällt. Der ist nicht in 90 Grad dabei. Oder bei einem Cosinus, wenn es hier heißt, ich suche einen Winkel zwischen 0 und 180 Grad, dann ist es auch klar, der Winkel ist es nicht. Weil der ist minus, also da passt er nicht rein. Oder wenn man mit 360 Grad verrechnet, passt er auch nicht rein. Und wenn es hier unten dann zum Beispiel heißt, es muss im Intervall zwischen 0 und 180 Grad liegen, ist auch klar. Der zweite fällt raus. Nur, man sollte anhand des Einheitskreises jetzt verstanden haben, dass es immer zwei Möglichkeiten gibt. Beim Tangens habe ich das euch ja schon gezeigt. Negativ, und das wissen wir auch von der Steigung, ist es im zweiten und vierten Quadranten. Und positiv ist es im ersten und dritten Quadranten. Je nachdem muss ich hier halt dann auch umrechnen. Und dann ist es im ersten und dritten Quadranten.